Hallo, herzlich willkommen zur dritten gemischten Tüte. Auch die zweite hat euch gut gefallen und mich hat es motiviert weiterzumachen. Und deswegen habe ich auch dieses Mal wieder allerlei für euch zusammengetragen. Ein paar News, ein paar Entdeckungen, ein bisschen von allem, eben alles, was in so eine gemischte Tüte reinkommt. Und ich hoffe, dass ich euch auch diesmal damit einfach selber ein bisschen Such- und Recherchearbeit abnehmen kann und ihr neue Schnitte entdeckt, schöne Aktionen und vielleicht das ein oder andere, was ihr immer schon gesucht habt. In den vergangenen beiden gemischten Tüten hat sich etwas bewährt und zwar eine Art Struktur oder Reihenfolge, in der ich die verschiedenen Themen vorgestellt habe. Genau das möchte ich heute auch wieder so machen. Und ich halte mich dabei an die Reihenfolge, die sich bewährt hat und starte erstmal mit dem Thema Print. Da ist ganz frisch erschienen die Burda Easy, die neue Ausgabe. Und ja, ich habe mal wieder keine Mühe gescheut, sie ganz schnell zu besorgen. Nein, dieses Mal hat tatsächlich mein Vater als mein unfreiwilliger Assistent diese Mühe nicht gescheut, denn ich lag ein bisschen flach mit einer Erkältung und von daher habe ich sie mir sehr bequem nach Hause liefern lassen. Danke nochmal, Papa, dass du da so viel Geduld hattest, denn sie stand natürlich im Supermarkt nicht da, wo ich gesagt hatte. Und er musste lange suchen. Also, ja, ihr seht, es ist quasi ein Familienprojekt, teilweise zumindest. Es werden hier ganz viele Leute mit einbezogen. Und ich habe dann die Zeit genutzt, während ich nur Tee trinken konnte und habe einfach mal durchgeblättert. Bei der Burda Easy, ich habe ja alle Nähzeitschriften, die mir so gängig begegnen, schon mal vorgestellt in einem eigenen Video. Ich verlinke es wie immer hier oben, nicht da oben, hier oben über die Infocard. Und die Burda Easy habe ich damals auch mit aufgeführt. Das ist eben eine Zeitschrift, die nicht monatlich erscheint, sondern ich glaube viermal im Jahr. Und bei der Burda Easy gibt es Schnittbögen, die direkt zum Loslegen konzipiert sind. Das heißt, ihr habt Schnittbögen, in denen ihr nicht wie auf dem Netzplan der New Yorker U-Bahn ganz, ganz viele Linien, verschiedenster Schnitte und Größen habt, die übereinander laufen, sondern ihr habt jedes Modell, das ihr nähen möchtet, als einen Mehrgrößenschnitt zum Direktausschneiden auf einem eigenen Bogen. Das heißt, es ist Anfänger tauglicher, daher auch Burda Easy. Einerseits wegen eben dieser bebilderten Erklärung, andererseits wegen der Übersichtlichkeit der Schnittbögen. Was leider aber auch der Fall ist, ist eine Begrenzung der Größentabelle. Und zwar geht das Ganze bis Größe 44. Ich muss jetzt noch mal vorne reingucken. Denn ihr habt einmal eine Übersichtsseite, auf der so dieses Maßnehmen erklärt ist, wo dann auch Platz ist, die eigenen Maße nochmal neben der Maßtabelle einzutragen. Es startet bei Größe 34, geht bis Größe 44. Und da ich ein Schnittmuster darin gefunden habe, was ich eigentlich ganz schön fände, nämlich einen Jumpsuit, Romper Playsuit. Das hat hier, glaube ich, tatsächlich alle drei Namen abgekriegt. Ja, einen Einteiler, den es in so einer langen Version gibt, aber auch in der kurzen Version. Und in der kurzen Version auch in einer süßen Variante mit solchen Flügelärmelchen. Da habe ich also geguckt, ob ich in die Maßtabelle reinpasse. Ja, und wie zu erwarten, ich passe leider nicht in die Maßtabelle. Das heißt also, ich würde in diesem Fall den Schnitt gradieren müssen. Ich liege mit meinen Maßen fast genau mit dem Sprungmaß, außer in der Taillenweite, also mit dem Sprungmaß von vier Zentimetern, dem Unterschied in der Größentabelle, also von Größe zu Größe. Außerhalb der größten Größe, der Größe 44, wäre also demnach eine 46, 48, was ich bei Burda eigentlich auch immer bin. Und an der Stelle kommt mir aber dann auch dieses Prinzip dieser Schnittbögen sehr zu pass. Denn wenn ich etwas gradieren möchte, ist es für mich natürlich ausgesprochen vorteilhaft, wenn die Schnitte schön angeordnet, ohne irgendwelche großen Überkreuzungen liegen, sodass ich dann mich an den Gradierungslinien orientieren kann. Ist ein Thema für sich. Falls ihr da auch betroffen seid von solchen Randgrößenproblemen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mal Bock darauf hättet, auf so ein Video wie, ich sag mal, rudimentäres Gradieren, also der Part, mit dem man zu einem Ergebnis kommt, der aber sicherlich nicht an allen Stellen 100% konform damit ist, wie es jemand, der das gelernt hat, machen würde. Ja, aber wie das funktioniert, wie man damit also zu einem Schnittmuster kommt, wenn man jetzt eine Größe mehr braucht als die vorhandenen Größen, mit dem man trotzdem ein schönes Ergebnis bekommen kann. Ja, und bei dem Einteiler Jumpsuit, da muss ich auch noch was kurz einschieben. Ich habe ja in der letzten gemischten Tüte schon über Jumpsuits gesprochen und mir ist im Nachhinein aufgefallen, ich habe euch was unterschlagen. Ich habe tatsächlich schon mal einen kompletten Jumpsuit genäht. Der war in dem Herbstoutfits-Video mit drin. Ihr kennt das Spiel. Und ich habe damals auch nochmal eine Buchrezension gemacht. Das war das Buch von Svenja Novacek und der Jumpsuit hieß Sarah. Und es war das Schlangenmenschen-Stück, weil das Problem war, dass dieser Jumpsuit, ja, da hätte ich auch gradieren sollen. Der war so, dass ich da nur mit Mühe und Not reinkomme. Also ich komme rein, aber ich käme definitiv auf der Toilette nicht wieder raus. Und das sorgt dann halt auch dafür, dass das Problem, was ich letztes Mal angesprochen habe, kein Problem mehr ist oder ein ganz gravierendes. Jedenfalls, ja, habe ich, glaube ich, einfach aufgrund dieser Tatsache das Ganze unter den Tisch fallen lassen. Ja, hier würde ich mir also die Variante mit langem Bein und Flügelärmelchen nähen, denn das Schöne ist, dass man diese Sachen dann auch schön untereinander kombinieren kann. Mal schauen, ob ich die Motivation finde, diesen Gradierungsprozess dabei durchzuziehen. Ja, ihr kennt's langsam. Ich habe so eine Leidenschaft für Bücher. Und deswegen habe ich als zweiten Punkt in der Printkategorie wieder ein Buch rausgesucht. Es ist allerdings kein Nähbuch, sondern es ist Fashionpedia. Ich hatte ja im Studium phasenweise mal diesen Spitznamen Lisapedia. Ich glaube, das war das Attesten, Klugscheißer zu sein. Und wenn ihr das im Bereich Mode sein wollt, dann ist dieses Buch genau das Richtige für euch. Ich habe das entdeckt, weil das ganz en passant in der Story von Rappantinchen auf Instagram mitzusehen war. Und dieses Fashionpedia ist im Prinzip das, was ich immer versucht habe, mir auf Pinterest selber zusammenzustellen. Wenn man sich auf Pinterest so allgemein den Näh- und Modebereich anguckt, dann kommt man früher oder später an den Punkt, wo so technische Zeichnungen auftauchen. Und da gibt es Übersichten zum Beispiel alle Rocktypen oder alle Ärmeltypen oder alle Kragenvarianten mit den fachlich richtigen Namen. Überwiegend immer auf Englisch. Ich weiß inzwischen, warum. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass alle diese Grafiken eigentlich Raubkopien aus diesem Buch sind. Denn das bietet eben so eine schöne Übersicht. Und ich finde das immer, also einerseits befriedigt das mein Monk-Sein, mein Mode-Nerd-Tum, dass ich weiß, wie diese Sachen richtig benannt werden. Andererseits erleichtert es einem natürlich enorm, wenn man was Bestimmtes sucht. Also wenn ich eine Ärmel formen möchte, wenn ich wissen will, wie sich der Flügelärmel und der Glockenärmel unterscheiden, dann finde ich das eben in so einem Buch ganz wunderbar gezeichnet und verständlich erklärt, warum. Wenn ich das Ganze aber jetzt nur anhand von Fotos suche, ohne diese technischen Zeichnungen, dann wird das schon schwierig, weil man da auf feinste Details achten muss, um das auseinanderzuhalten. Denn das ein oder andere Fältchen kann bei einem Foto, wo Kleidung getragen ist, auch einfach durch das Bewegen in der Kleidung kommen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dieses Buch zu finden. Ich finde, es macht auch einfach unheimlich viel her. Also es ist so ein Stoffeinband, der orangefarbene Schnitt. Es hat dieses Lesebändchen. Ich konnte mich nicht mal durchringen, hinten die Banderole abzumachen, weil ich finde, es ist so diese Gesamterscheinung. Also es macht einfach Spaß, da drin zu stöbern und so ein bisschen zu blättern. Und es geht eben auch über die Kleidungsstücke hinaus. Was für mich immer sehr, sehr interessant ist, ist ja hier so dieser Bereich mit den Taschen. Und es gibt auch Accessoires im Allgemeinen. Und was ich ganz erstaunlich finde, das scheint tatsächlich bei dem Buch inklusive zu sein, es riecht angenehm. Es riecht irgendwie nach Parfum. Und es war eingeschweißt. Ich bin mir also sehr, sehr sicher, dass ich hier nicht ein gebrauchtes Buch von jemandem, der ein gutes Parfumtrecht bekommen habe, sondern dass es tatsächlich irgendwie auch so mit zum Konzept gehört. Auf jeden Fall für diejenigen, die so ein bisschen so nerdig da rein einsteigen wollen oder die einfach auch Bock haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wie eben Einzelteile auch abgewandelt werden können. Das bietet ja auch ganz viel Potenzial dafür, wie ihr Schnitte variieren könnt. Für die also absolute Empfehlung für Fashionpedia. Und ich weiß nicht, ob es ein Verlag ist oder ob es einfach nur eine Marke ist, unter der das herausgebracht wurde. Fashionary ist quasi so der Überbegriff. Und von Fashionary gibt es zum Beispiel auch eine Textilpedia-Enzyklopädie sozusagen. Und es gibt auch zum Thema Taschendesign oder Accessoiresdesign schöne Bücher. Also das ist wirklich, ist alles eher, würde ich sagen, für den echten Näh- und Mode-Nerd. Aber auf jeden Fall Bücher, die ich schon alleine, weil sie so schön sind, total gern im Regal stehen habe. Ja, nach dem Print-Part kommt der digitale Part. Und im digitalen Part, da zeige ich euch immer das ein oder andere neue Schnittmuster. Und dieses Mal habe ich euch mitgebracht eine Bluse. Und ein T-Shirt und ein ganzes Schnittmuster-Label. Ich fange einfach mal an mit der Bluse Margo von Schnittduett. Hinter Schnittduett, da verbergen sich Rappantinchen und Tweet & Greet. Das sind beides Bloggerinnen aus dem Nähbereich, die schon seit Jahren, vielleicht auch schon ein Jahrzehnt, in dem Bereich aktiv sind, wunderschöne Blogs haben, tolle Fotos machen und unter Schnittduett eben auch schöne Schnittmuster. Und die Bluse Margo, das ist ein, ja, ich würde sagen, es ist eine Statement-Bluse. Sie hat Statement-Ärmel, die so, ja, ballonartig sind, können kurz oder lang genäht werden. Und ich finde auch die Kragenlösung sehr, sehr schön, beziehungsweise also den Halsabschluss. Und es ist ein Schnittmuster für Webware. Das ist für mich generell immer schon mal so ein Kriterium, das macht ein Schnittmuster schon mal interessant, weil ich halt einfach sehr, sehr gerne mit Webware nähe. Nichtsdestotrotz, ihr wisst es, ich bin totaler T-Shirt-Typ, aber dieses entspannte Nähen, das kann ich mir eben bei der Bluse Margo sehr, sehr gut vorstellen. Es gibt die Bluse in den Größen 32 bis 52. Und ja, sie ist, würde ich sagen, so ein bisschen in diesem 70er, späte 70er, Anfang 80er-Jahresstil einfließend. Ich kann sie mir ausgezeichnet vorstellen zu einer Schlaghose. Möglicherweise liegt das auch daran, dass die Anja, also Rapantinchen, auf dem einen der Bilder eben die Bluse zu einer Schlaghose trägt und ich das ausgesprochen schön finde. Und was bei mir so direkt vor meinem inneren Auge hochkam, waren Baumwoll-Lochstickstoffe, vielleicht auch in poppigen, sommerlichen Farben und dann eben mit diesen Ärmeln. Also das stelle ich mir ausgesprochen schön vor und ich befürchte, dass ich nachher da direkt mal ein Schnittmuster shoppen muss. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit genau solche Stoffe gesehen. Und vielleicht muss ich mal wieder gegen die Eintragung in meinem schwarzen Büchlein verstoßen. Möglicherweise muss ich Stoff kaufen oder ich gucke, ob ich einen Stoff habe in entsprechender Weise, den ich dann vielleicht einfärben kann. Ja, auf jeden Fall, Margo, ein absolutes Statement und Knallerteil. Ja, und mindestens so ein Knaller, wenn auch nicht für Webware, sondern für Jersey ist mein Schnitt Ophelia, der jetzt auch endlich online ist, denn er sollte ja pünktlich zur Handmade Fashion Show erscheinen und ich habe es geschafft mit, ähm, fast mit Ab und Krach. Nein, ich war tatsächlich eigentlich erstaunlich gut in der Zeit. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich was vergessen habe. Habe ich aber nicht. Ich habe einfach die Veröffentlichung des Lookbooks hinten angestellt. Ophelia ist ein Schnittmuster für ein T-Shirt mit V-Ausschnitt oder U-Boot-Ausschnitt und mit Tulpenärmeln. Und das ist das, was den Schnitt eigentlich, würde ich sagen, spannend macht oder gegenüber vielen anderen Schnittmustern abhebt, weil Tulpenärmel, glaube ich, noch nicht so verbreitet sind. Ich hoffe es jedenfalls. Das war bei mir so ein bisschen Ausgangspunkt für diese Idee. Die Tulpenärmel, die können glatt eingenäht werden oder als Puffärmel. Und beim Tulpenärmel hat man ja eine Überlappung in der Schulter. Das heißt, man kann auch kombinieren und zum Beispiel einen gepufften Hinterärmel über einen glatten Vorderärmel einnähen, um das Ganze so ein bisschen zu variieren, damit dann eben der Ärmel an sich nicht ganz so stark aufspringt an der Schulter, aber immer noch diesen kleinen Falten-Hingucker-Effekt vom Puffärmel hat. Für den Wohlfühlfaktor gibt es zwei Armlängen, die unterscheiden sich zwar nur um ein paar Zentimeter, das macht aber bei dieser Form Ärmel tatsächlich schon einen großen Unterschied in der Hinsicht, was für den Arm dann bedeckt ist oder nicht bedeckt ist. Und geeignet ist dieser Schnitt für leichte Jerseys, wobei wir auch im Probenähen Beispiele aus so einem festen Waffel-Jersey hatten. Das sah auch toll aus. Und man kann so ein bisschen spielen, also verschiedene Armabschlüsse nähen mit dem Rollsaum. Das habe ich bei dem Leo-Shirt gemacht. Es gibt die Variante, das einfach so zu säumen, wie ich das bei der Variante mit den quietschebunten Einhörnern gemacht habe. Und man kann auch das Ganze noch mit Schrägband, mit Paspel oder Ähnlichem versehen und einfassen. Ich bin so ein bisschen in Versuchung, nochmal eine Variante zu machen mit Spitze. Vielleicht auch tatsächlich mit spitzen Ärmeln. Da muss ich nochmal gucken, was mir dann noch so an Stoffkombinationen in den Sinn kommt. Denn normalerweise kann ich das ja alles voll im Probenähen noch ausschöpfen und ganz viele Varianten für mich selber nebenbei nähen. In diesem Fall habe ich das aber dann einfach aufgrund des Zeitdrucks, der mir, glaube ich, ganz gut getan hat, hinten angestellt. Ja, den Schnitt gibt es, wie meine Schnittmuster seit einiger Zeit immer in Größe 32 bis 54. Und gute Nachrichten, bei den Schnittmustern, die noch nicht dieses ganze Größenspektrum abdecken, bin ich dran, dass sie überarbeitet werden. Also es läuft alles an, was ich demnächst sagen kann, nicht nur bei den neuen Schnitten, sondern bei allen schaffen wir diese Größen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr Spaß habt mit dem Shirt Ophelia. Ja, ich sagte, ich habe zwei Schnittmuster und ein ganzes Schnittmuster-Label. Bei diesem Schnittmuster-Label ist es jetzt so, dass anders als bei Anja und Selmin ich niemanden persönlich kenne und deswegen auch nicht wegen Bildrechten oder Verwendungsrechten von irgendwelchen Screen Captures anfragen konnte. Also habt ihr in dem Fall wieder das Problem, nach unten zu scrollen, den Link zu klicken und euch das Ganze parallel anzugucken. Falls ihr gerade auf den Fernseher oder auf den Laptop guckt, nehmt es euch vielleicht einfach auf dem Handy vor. Es geht um Jennifer Lauren-Schnittmuster. Jennifer Lauren-Schnittmuster sind, glaube ich, aus den USA. Ich habe da tatsächlich immer so ein bisschen Schwierigkeiten bei den englischsprachigen Shops das zu ergründen. Und aufgefallen ist mir einerseits das Isla Wrap Dress. Andererseits habe ich aber von jemandem von euch einen Link zugeschickt bekommen und zwar noch aus einem anderen Grund, weswegen ich auch das ganze Label inzwischen interessant finde. Das hatte ich nämlich tatsächlich übersehen. Ich möchte erst einmal ganz kurz über den Schnitt sprechen. Das Isla Wrap Dress ist nämlich deswegen ein interessantes Wickelkleid, weil die Überlappung im Rücken statt vorne im Brustbereich stattfindet. Das sorgt dafür, dass der Rücken eine sehr, sehr spannende Ansicht hat. Es wird oben mit einem Knopf so leicht seitlich am Nacken der Stoff fixiert in der Überlappung, damit das Ganze dann eben nicht hinten wieder aufklappen kann. Und es sorgt dafür, dass die Bindebänder als schöne Schleife in der Form eines Gürtels vorne auf dem Kleid zum Liegen kommen. Ich finde, das macht eine tolle Unterteilung der Figur. Also es gliedert eben schön, obwohl der Schnitt eher locker aussieht, ist er trotzdem so proportioniert, dass es dem Auge gefällt. Also ihr kennt das, ich proportioniere, mein Auge proportioniert am liebsten nach dem goldenen Schnitt, weil das was ist, was überall in der Natur vorkommt, was wir deswegen als angenehm empfinden. Das hat also nichts mit Figuren oder mit der Größe eines Menschen zu tun, sondern eben einfach damit, dass die natürliche Taille da an der Stelle liegt. Das heißt also, wenn ihr irgendwie eine Betonung dieser natürlichen Taille habt, habt ihr in der Regel was, was das Auge mag. Und das funktioniert bei diesem Kleid eben, obwohl es eher locker geschnitten ist. Weswegen mir der Link zugeschickt wurde, das war tatsächlich nicht wegen dem Kleid, sondern weil Jennifer Lawrence Schnittmuster auch nach anderen Körbchengrößen beziehungsweise mit einer Erläuterung der Körbchengrößen angefertigt werden, die den Schnitten zugrunde liegen und weil es zwei Passformklassen gibt, nämlich einmal die, ja ich sag mal, die Standardpassformklasse und einmal die Curvypassformklasse und es gibt einen Überlappungsbereich, ich glaube in den Größen 12 bis 16 oder 14 und 16. Ich weiß jetzt aber eben, wie gesagt, nicht zu 100 Prozent, ob es amerikanische oder britische Größen sind. Die haben die gleichen Nummern mit anderen Maßen. Also guckt es euch lieber nochmal genauer an. Auf jeden Fall gibt es diesen Bereich, in dem eben dann die Schnitte noch mit dem kleineren und dem größeren Körbchen verfügbar sind. Das heißt also, ihr vermesst euch entsprechend der Anleitung, die ihr auf der Seite findet und entscheidet dann, ob ihr die Curvy oder die andere Variante nehmt. Die zugrunde gelegten Körbchengrößen sind in dem Fall anders als in unserem deutschen Größensystem das C- und das Doppel-D-Körbchen. Im deutschen System wäre es immer das B-Körbchen, wobei auch da, ihr wisst, das ist alles sehr, sehr schwammig und nicht hundertprozentig klar, was bei so einer Körbchengröße denn jetzt eigentlich wirklich drin ist im Körbchen. Deswegen also immer nach den Maßen gehen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Doppelung und hoffe, dass ihr mit der Empfehlung was anfangen könnt. Ja, kommen wir also zum dritten Punkt in dieser gemischten Tüte und zwar zu meinen Entdeckungen. Und entdeckt habe ich dieses Mal einen Instagram-Account, den ich euch unbedingt vorstellen möchte und zwar What Would Coco So? Das ist der Account von Milena. Sie kommt aus Österreich und zeigt auch ab und an in ihren Storys wunderschöne Bilder von Bergen und grünen Landschaften. Und der Account hat das Konzept, dass sie Designerstücke nacharbeitet. Sie näht, sie strickt und beim Nähen ist sie auch nicht nur auf Kleidung festgelegt, sondern näht auch Taschen und orientiert sich dabei eben so an den Looks. Also sie kopiert das nicht eins zu eins, sondern sie nimmt sich halt ein Bild von einem Designerstück, was ihr gut gefällt und arbeitet dann etwas Ähnliches nach. Teilweise ist das extrem nah dran. Also da bin ich bei einigen Bildern, die ich mir angeguckt habe, habe ich echt überlegt, was ist jetzt das Original und was ist quasi ihre Interpretation davon. Es sind aber eben auch Sachen, bei denen ein bisschen größere Unterschiede sind. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr sympathisch gemacht. Es sind tolle Fotos, es ist in den Storys sehr sympathisch, wie sie die Dinge zeigt, wie sie eben auch darauf eingeht, dass nicht immer alles so auf Anhieb klappt, sondern dass sie hier und da vielleicht nochmal eine Änderung vornimmt. Und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß dabei, mir das anzugucken, was sie da macht. Und ja, hoffe, der ein oder andere von euch hat da vielleicht auch Spaß dran, denn ich finde immer schön, wenn solche, ja, so Accounts, die wirklich coolen Content haben, dann einfach auch ein paar neue Follower kriegen und unterstützt werden. Ja, bei den Entdeckungen war es das tatsächlich schon. Ich könnte jetzt sagen, weil ich so viele Stoffe gekauft habe, die ich euch zeigen muss, nein, aber so viele waren es gar nicht. Nein, ich habe beschlossen, dieses Mal fasse ich mich bei den Entdeckungen kurz, schiebe ein bisschen was in die Entdeckungen in der nächsten Woche und widmen mich dafür noch einmal den Punkt mit den Aktionen. Bei den Aktionen startet ein neuer Sewalong, beziehungsweise ist gestartet und befindet sich jetzt gerade so in der Vorbereitungsplanungseinkaufsphase, und zwar der Summer Goth Sewalong, in dem es um schwarze und dunkelbunte Kleidungsstücke und Accessoires geht, und zwar ins Leben gerufen von Rock Nähmaschine auf Instagram und findet auch auf Instagram statt. Und genäht werden eben Kleidungsstücke, die dem Goth Style entsprechen, für den Sommer. So ein bisschen entstanden, habe ich bei ihr in den Storys mitverfolgt, weil es plötzlich warm war und sie feststellte, dass sie so Kleidung, in der sie sich so richtig wohl fühlt, für die Temperaturen eigentlich gerade gar nicht im Schrank hat und deswegen eben die Intention, den Schrank mit diesen Stücken zu füllen. Und ich finde das ausgesprochen spannend. Sie hat ein Pinterest-Board angelegt mit so ein bisschen Inspiration, wo ich unheimlich viel gefunden habe, wo ich gedacht habe, ach ja, vielleicht. Also ich bin normalerweise ja eher bunt unterwegs, aber warum nicht? Vielleicht probiere ich es mal aus. Ich muss mal gucken, ob ich genug Zeit finde, um selber mitzunähen. Auf jeden Fall möchte ich euch empfehlen, wenn ihr eben entsprechend Inspiration sucht oder vielleicht auch das Ganze unterstützen möchtet, weil gerade ich denke so so Mode-Nischen oder so Subkultur-Stile, das sind ja Sachen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auch Nähe-Inspirationen zu finden und Schnittmuster, die sich in den Stil interpretieren lassen. Ja, dann macht vielleicht einfach mit, weil die Wiederholungschance bei solchen Sowalongs ist eben einfach am größten, wenn es Spaß gemacht hat, weil viele mit dabei waren. Ja, und damit komme ich dann zu dem Punkt News und aktuell. Alice. Und bei den News und dem Aktuellen, da gibt es dieses Mal traurige Nachrichten. Ich vermute, der ein oder andere von euch hat das schon mitbekommen. Lillestoff wurde verkauft. Und Lillestoff ist, würde ich sagen, auch wenn es für mich nie die große Bedeutung hatte, wie für viele andere. Also ich war nicht Fan der Designs oder war so in dieser Lillestoff-Community mit drin, aber Lillestoff war nichtsdestotrotz für mich irgendwie immer mit dabei, seit ich intensiver genäht habe. Das liegt einerseits daran, dass Lillestoff viel als Wegbereiter für die Biostoffe, also gerade die Bio-Jerseys, eben für den deutschen Nähmarkt gemacht hat, weil sie angefangen haben, ursprünglich auf Bio-Jersey eben viele bunte, fröhliche Designs zu drucken. Und sie haben damit, würde ich sagen, auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Jersey-Nähen überhaupt so populär wurde und dass Jersey so ein generell verfügbarer Stoff wurde. Ich nähe ja schon sehr, sehr lange. Mal mehr, mal weniger intensiv. Und ich habe ganz, ganz deutlich gemerkt, dass zwischen dem Zeitpunkt, als ich so Anfang 20 war, 18, 19, Anfang 20, als ich meine erste Nähmaschine, also meine erste richtige Nähmaschine dann hatte und anfangen wollte zu nähen und dem Zeitpunkt, als ich dann mit, ja so fünf Jahre später vielleicht, mit Mitte, Ende 20 wieder viel genäht habe, dass da ein unglaublicher Bruch da drin war, was für Stoffqualitäten verfügbar waren. Während ich anfangs tatsächlich fast überwiegend gewebte Stoffe und elastisches mehr so in diese Karnevals- und Verkleidungsrichtung und wenn dann eben auch mit ganz, ganz hohem Kunstfaseranteil gefunden habe, gab es, als ich dann wieder richtig eingestiegen bin, plötzlich eine Unmenge von bunten und spannenden und schönen Jerseystoffen und als ich wieder eingestiegen bin, war eben eine der großen beliebten Firmen Lillestoff. Da gab es noch ein paar andere. Lillestoff hat sich damals eben einfach mit dem Biokonzept sehr, sehr hervorgetan. Die Gründe, weswegen das Ganze verkauft wurde, das, ja, die sind persönlicher Natur. Es hat Schicksalsschläge gegeben bei dem Gründer-Ehepaar und sie haben dann eben nach der Corona-Zeit beschlossen, sich neu zu orientieren und, ja, ich denke, ihr könnt das ein oder andere sicherlich auch noch über die Social-Media-Kanäle oder die Homepage nachlesen. Ich möchte da nicht in den persönlichen Angelegenheiten irgendwie wühlen. Für mich persönlich tatsächlich der größte Verlust an der Geschichte ist, dass Lillestoff auch den Standort Hannover aufgibt. Also wir waren bisher in Langenhagen bei Hannover. Das wird, ja, wird von Hannover gerne mit eingemeindet, wenn es darum geht, zu behaupten, wir hätten einen eigenen Flughafen oder eben einen eigenen Stoffproduzenten und Langenhagen ist von hier aus tatsächlich nicht besonders weit, weswegen ich gerne immer die Vorzimmerdame beim Lillestoff-Festival gegeben habe. Sprich, ich habe gerne, wenn dieses Festival stattgefunden hat, die Gelegenheit genutzt, obwohl ich selber am Festival nicht teilgenommen habe, eben vor Ort mal ein paar Leuten Hallo zu sagen, ein paar Leute kennenzulernen und zu treffen und dieses Nähereignis, das geht halt einfach Hannover und der ganzen Region hier damit verloren. Ich hoffe sehr, dass da irgendwie eine andere Option kommt, weil ich gerade dieses Sich-Persönlich-Treffen und Vernetzen unheimlich schön finde und fand eben auch genau diesen Gedanken da total schön, auch wenn die Umsetzung jetzt nicht unbedingt meinen Bedürfnissen entsprochen hat, weswegen ich da normalerweise eben nicht als Teilnehmer dabei war. Ja, es wird irgendwie weitergehen mit Lillestoff. Die Ankündigung ist, dass Print-on-Demand ausgebaut wird, aber das Ganze eben unter einem, unter neuer Hand, unter neuer Führung und an einem anderen Ort und ich bin gespannt und wenn ich was mitkriege, halte ich euch auch auf dem Laufenden, aber ich bin eben auch ein kleines Stückchen traurig, dass Hannover deutlich uninteressanter wird als Stoffstandort. Ja, auch im Bereich des Aktuellen kommt was, wo ich das Gefühl habe, dass es irgendwie von mir erwartet wird, was dazu zu sagen, obwohl es tatsächlich was ist, was eigentlich gar nicht so mein Thema ist und zwar die Geschichte um Finn Kliemann, um Masken aus Bangladesch, um Betrügereien in Anführungszeichen, die ihm unterstellt werden zumindest. Ich bin mit sowas ja immer sehr, sehr vorsichtig und ja, es ist also die letzte Woche, glaube ich, ordentlich durchgekaut und hochgekocht worden, was da von Böhmermann und Co. ans Licht gezerrt wurde. Ich möchte euch als allererstes ich sagen, ich habe da keinen super tiefen Einblick rein, ich habe einfach nur zwei, drei lose Gedanken, die ich in den Raum werfen möchte und wo ich gespannt bin, was ihr in der Richtung dazu weiterdenkt. Und ich möchte euch einen Artikel empfehlen, in dem es nämlich darum ging, was Wahrnehmung und was Wahrheit ist. Den fand ich ausgesprochen interessant, geschrieben von zwei PR-Menschen, ich weiß gerade die Namen nicht, die eben so ein bisschen sich darüber äußern, ja, wie viel Wahrheit und wie viel Inszenierung, die einfach nur die Wahrnehmung beeinflusst, denn bei der Geschichte eine Rolle gespielt haben könnten. Den verlinke ich euch wie alle anderen wichtigen Dinge unten in der Infobox. Ja, und dann zu meinen losen Gedanken. Rückblickend ist natürlich erstmal völlig daneben zu behaupten, dass etwas in Europa produziert wurde, was nicht in Europa produziert wurde. Und diese Umetikettierung, die da im Raume steht, sollte natürlich irgendwie dazu dienen, dass das Ganze als fair, als moralisch wertvoll produziertes Produkt wahrgenommen wird. Was mir so ein ganz klein bisschen dabei fehlt, bei ganz vielen Artikeln, ich habe, wie gesagt, nicht alles gelesen, nicht alles verfolgt, aber was mir an vielen Stellen gefehlt hat, war so ein bisschen diese Einordnung in die Zeit, wann das Ganze produziert wurde, weil diese Produktion in Bangladesch nicht zwangsläufig, so wie das immer erstmal scheint, für eine nicht faire und problematische Produktion gestanden haben muss. Das kann sie, und da habe ich keinen Einblick rein, ob das so ist, aber in Bangladesch sind in den Monaten nach Beginn der Corona-Pandemie und in dem Zeitraum, als wegen der Lockdowns die ganzen Bekleidungsgeschäfte geschlossen waren, unglaublich viele Kollektionen nicht abgenommen worden, die schon genäht waren. Das bedeutet, dass dort auch unglaublich viele Gehälter nicht gezahlt wurden und auch wenn ich es überhaupt nicht richtig finde, wenn man etwas unter falschem Label sozusagen verkauft, finde ich dennoch, dass man, bevor man hier darüber urteilt, ob er jetzt ein Guter oder ein Böser ist, sich angucken sollte, unter was für Bedingungen das denn da produziert wurde und ob das vielleicht für Leute, deren Gehalt einfach von Hungerlohn auf gar nichts gefallen ist in dieser Zeit, vielleicht tatsächlich eben Möglichkeiten gebracht hat, sich ein Einkommen zu sichern. Also ob er vielleicht damit eben einfach für Arbeitsplätze in dieser Gegend gesorgt hat, die sonst nicht existiert hätten. Das wäre so mein erster Anstoß, dass es eigentlich interessant wäre, dazu weiter zu recherchieren, bevor man jetzt aburteilt und sagt, geht gar nicht, der Typ. Mein zweiter Punkt ist, den konnte man aber zu der Zeit noch nicht mit einkalkulieren, allerdings ist vor wenigen Monaten ein Artikel im Internet kursiert, in dem es um About You ging und um die Arbeitsbedingungen, die dort zum Beispiel quasi eine 24-7-Erreichbarkeit beinhalten und wo gefordert wurde, dass man sich doch bitte bei einem anderen Unternehmen bewerben möge, wenn man Wert darauf legt, um 17 Uhr Feierabend zu machen. Das deutet für mich auch in Kombination damit, wenn man sich mal so Bewertungen auf Jobportalen durchliest, darauf hin, dass auch da nicht alles Gold ist, was glänzt und einerseits man vielleicht hinterfragen muss, ob das Saubermann-Image nicht eigentlich seinen Knacks schon an der Zusammenarbeit mit About You hätte bekommen müssen oder andererseits zumindest hinterfragen müsste, ob About You bei der Rettung des Images jetzt, wo sie eben also alle Zusammenarbeiten beenden oder fallen lassen, ja nicht vielleicht auch eigentlich etwas scheinheilig handelt, möchte ich mal sagen. Das sind meine losen Gedanken dazu, wie gesagt, ich denke, da müssen andere in der Tiefe recherchieren, das kann ich nicht, aber was mir nicht schmeckt, ist eben diese schnelle Verurteilung und dass wir uns ganz schnell einen Boomer suchen, der jetzt der Böse ist, während es einfach, glaube ich, an ganz, ganz vielen anderen Stellen im Hintergrund immer noch hakt und ja, wir entweder vielleicht einfach nur jemanden hochstilisieren mussten, den wir gut finden können, weil er gut ist, ohne genau hinzugucken oder wir vielleicht auch einfach an einer Stelle jemanden menschliche Fehler und vielleicht auch Verhaltensweisen Böbel nehmen, die wir selber vielleicht auch nicht immer ganz, ja, ganz koscher betreiben. Ach ja, kommen wir zu dem, worauf ihr alle gewartet habt, meine wöchentliche Stoffbeichte. Ja, wöchentlich, okay. Wöchentlich lasse ich mal dahingestellt, für mich fühlt sich das wöchentlich an, dass ich hier zu Kreuze kriege. Ich habe Stoff gekauft, ja, ich habe Stoff gekauft, obwohl ich euch letztes Mal den Blick ins schwarze Buch gewährt habe, beziehungsweise euch daraus vorgelesen habe und diese grandiose Zahl von 42 Meter zu 10 Meter, ja, ich habe mein Ziel für den letzten Monat echt voll verfehlt und für diesen Monat habe ich tatsächlich auch Stoff gekauft und bisher tatsächlich glaube ich auch mehr als ich vernäht habe, was aber daran liegt, dass ich mit der Schnittmusterveröffentlichung für Ophelia sehr beschäftigt war. Was ich gekauft habe, sind Strickstoffe, das mag jetzt etwas eigentümlich erscheinen, dass ich im Sommer solche warmen Stoffe kaufe, wobei der hier oben gar nicht so warm ist, das ist ein ganz, ganz leichter Strickstoff und gekauft habe ich sie eigentlich nur, weil sie wirklich spottbillig waren, weil eine Schnittmuster Designerkollegin umzieht und was aus ihrem Schrank verkauft hat und es waren tatsächlich zwei mehr dabei, die habe ich verschenkt, weil ich wusste, ich würde nichts draus nähen, also nichts für alle Fälle mal und für schlechte Zeiten in die Schränke gestopft und bei diesen Stoffen, da plane ich mir tatsächlich Strickjäckchen draus zu machen, aus dem hier direkt so ein Sommerjäckchen und aus den anderen wahrscheinlich eher so diese Übergangszeit oder eben auch kältere Sommertage, also ich bin so ein Strickjackentyp, das geht eigentlich ganzjährig und da werde ich mein Schnittmuster für den Cardigan Aya nehmen und werde das Ganze aber nochmal kürzen, es gibt bei Aya drei Längen, so als Mantel tatsächlich fast bodenlang, dann als Kurzmantel oder Langstrickjacke, wie lang ist die, ungefähr knielang und eine Variante, die normalerweise knapp über den Po geht und es gibt aber eben im Schnittmuster eine Linie zum Längern und zum Längern es gibt eben im Schnittmuster eine Linie zum Verlängern und zum Kürzen und ich habe das jetzt schon einmal gemacht, dass ich die Jacke einfach an dieser Linie beendet habe und das eine schöne Kurzstrickjacke gibt und genau das schwebt mir also zumindest für die sommerliche Version vor und auch mindestens für eine von den herbstlicheren und vielleicht mache ich dann nochmal eine lange mit dazu ja ich habe noch mehr gekauft und das was ich hier gekauft habe das ist ein ausgesprochen praktisches Teil was ich sehr sehr empfehlenswert finde man erkennt das nicht auf Anhieb aber es handelt sich hier um einen kleinen Akkustaubsauger und zwar einen Tastaturstaubsauger auf den man vorne auch noch solche Bürstenaufsätze aufsetzen kann der hat aber eben auch so eine schmale Tülle und ich habe ihn gekauft für die regelmäßige Nähmaschinenpflege ich plaudere ganz kurz aus dem Nähkurs Nähkästchen Nähmaschinenpflege ist etwas was ganz oft ganz arg zu kurz kommt ich habe ganz oft in meinen Nähkursen Leute die nicht wissen dass man eine Nähmaschine regelmäßig reinigen muss ich unterstelle mal dass das ein Problem von Online-Käufen und Gebrauchtkäufen von Nähmaschinen und der Abschaffung vom Handarbeitsunterricht in der Schule ist denn beim Reinigen der Nähmaschine muss man Schrauben lösen und vielen Leuten ist einfach sehr tief eingebläut worden dass man niemals an einem elektrischen Gerät eine Schraube löst weil man die Garantie damit aufs Spiel setzt das hat also zur Folge dass viele Nähmaschinen nie von innen ausgesaugt werden bis sie dann irgendwann als kaputt in die Wartung gegeben werden und man dort feststellt dass unten drin halt einfach ein ganzer Wollmauszirkus tobt deswegen also meine Empfehlung Nähmaschinen regelmäßig zu reinigen und aufzuschrauben ihr findet wenn ihr die Bedienungsanleitung lest in der Regel auch genau dazu einen Hinweis welche Schrauben ihr lösen dürft und welche nicht und dieser Staubsauger erleichtert das Ganze wenn ihr nämlich ausschließlich mit Druckluft zum Beispiel eine Maschine reinigt dann kann es passieren dass ihr Fussel sehr sehr tief in die Mechanik reinpustet an Stellen wo ihr sie nicht wieder rauskriegt und wo sie vielleicht langfristig tatsächlich auch stören oder Schaden anrichten können deswegen sollte man Nähmaschinen immer aussaugen statt sie auszupusten und wenn ihr wirklich eine Stelle habt wo ihr gar keine Chance habt mit dem Staubsauger reinzukommen auch nicht mit dem und auch nicht mit solchen Trinkhalmaufsätzen für Babys dann wäre meine Empfehlung dass wenn ihr da mit Druckluft rangeht ihr das zumindest in Richtung eines laufenden Staubsaugers tut ja warum jetzt also dieser hier und nicht einfach der ganz normale Staubsauger den man sowieso zu Hause hat das hat bei mir einfach den Grund dass ich hier wie ihr seht unter einer Schräge sitze also im oberen Stockwerk und das regelmäßige Putzen meiner Nähmaschinen nach jedem Projekt dem Schweinehund den Staubsauger die Treppe hoch zu wuppen ja irgendwie immer entgegentreten muss und für mein Empfinden zu oft verloren hat formulieren wir das mal einfach so ich bin stinkfaul wenn es darum geht den Staubsauger in die obere Etage zu schaffen und deswegen habe ich mir jetzt also einen besorgt der speziell für die Nähmaschinen ist und das Schöne ist eben mit dem Akku mit dem Ladekabel wird über USB beziehungsweise USB-C geladen und ist damit also tatsächlich jetzt auch nicht so ein Batterie-Wegwerf-Wunder was irgendwie problematisch wäre ja für eure Tastaturen und ähnliches könntet ihr den auch benutzen und von daher freue ich mich sehr an dieser Anschaffung und empfehle sie euch auch für den Fall dass ihr halt einfach ähnliche Arbeitsbedingungen habt ja und dann habe ich in dieser Kategorie gekauft noch etwas das habe ich gar nicht gekauft das habe ich bekommen aber ich möchte es euch trotzdem zeigen nämlich eine wunderschöne schwarze Schneiderschere von Katja Fabrics geschenkt bekommen habe ich die allerdings von Caro von Caros Fummelei und ja ich habe mich sehr drüber gefreut weil ich schöne Scheren neben der Tatsache dass ich es sehr schön finde wenn Stoffscheren scharf sind und gut schneiden und eher schwer in der Hand liegen dann schöne Scheren für mich natürlich was was für Fotos von Stoffen mit Scheren und für Fotos von Zuschnitten und sowas immer herzlich willkommen ist und deswegen habe ich mich auch darüber sehr gefreut ja und dann kommen wir zur letzten Kategorie zum Genähten oder zum was war los bei mir und da ich euch auch heute das was war los eigentlich schon bei den digitalen Schnittmustern erzählt habe fällt es an dieser Stelle hier jetzt aus ich habe nämlich tatsächlich nichts genäht was ihr in den letzten zwei Folgen sehen konntet war ja dass ich immer irgendwie was gemacht habe allerdings ist das bei mir tatsächlich nicht der Regelfall das heißt dieses Format bietet euch jetzt also auch einen kleinen Einblick da rein wie bei mir der herkömmliche Ablauf ist wie oft ich eigentlich nähe wie viel ich eigentlich schaffe zu nähen das ist nämlich meistens dann doch arbeitsbezogen und weniger Hobbynäherei und weniger Freizeitgestaltung und von daher halt phasenweise dann auch wenig bis gar nicht das ist die traurige Tatsache bei vielen Leuten die ihr Hobby zum Beruf machen nichtsdestotrotz habe ich ja viele andere Dinge an denen ich mich dabei erfreuen kann aber deswegen fällt also diese Kategorie jetzt quasi aus und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon von euch ja ich hoffe ihr hattet Spaß an der dritten gemischten Tüte und habt das eine oder andere für euch mitnehmen können ihr dürft mir gerne wieder in die Kommentare schreiben was euch gut gefallen hat was euch weniger gut gefallen hat wo ihr euch vielleicht noch das ein oder andere zu wünscht ihr wisst ich schaffe es nicht immer zu antworten aber ich schaffe es zumindest die Kommentare auch alle zu lesen und ich freue mich da immer sehr über den Austausch mit euch auf dem Weg zu den Kommentaren kommt ihr am Abo Button vorbei den ihr bitte drückt und auch am Glöckchen das ihr aktivieren könnt denn dann erfahrt ihr wann die nächsten Videos online kommen sei es die gemischte Tüte oder eben auch ein anderes Thema und ja ansonsten gibt es da halt noch die Daumen für den Fall dass ihr gerade keine Zeit oder Lust habt Kommentare zu schreiben freue ich mich natürlich auch wenn ihr mir darüber ein Feedback da lasst und ich hoffe ihr habt in der kommenden Woche ab jetzt mehr Zeit zu nähen als ich in der letzten und nutzt die Zeit und näht was Schönes